Ich möchte möglichst rasch mit dem Studium starten. Wie lange muss ich nach der Bewerbung warten? Grundsätzlich wird dies sehr schnell abgewickelt. Ihre Bewerbung wird binnen weniger Tage von der Prüfungsabteilung rückbestätigt. Sie erhalten die Zulassung zum Studium und kurz darauf auch per E-Mail die Zugangsdaten zu Ihrem Campus-Profil übermittelt. Darin liegen dann alle Ihre Unterlagen bereit und Sie können jederzeit losstarten.